Und auf Frau Merkel kann ich gerne auch Bezug nehmen, weil das heute Morgen ja auch schon angesprochen wurde. Weil im Wortlaut hat sie ja gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Und ich glaube, derjenige, der sagt, im Internet haben wir schon alles entdeckt und der Drops ist durch und wir haben verstanden, wie das alles funktioniert, das ist, glaube ich, ein grenzenloser Optimist. Aber ich glaube, dass tatsächlich wir erst schrittweise entdecken, was eigentlich das Internet und die globale Vernetzung mit uns macht. Und deswegen finde ich eigentlich den Kommentar mit Es ist für uns Neuland aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist sicherlich nicht neu im Jahr 2013 gewesen. Das mit Sicherheit nicht. Aber Neuland, würde ich sagen, das gilt sogar bis heute. Aber die Aussage, die ich eigentlich noch charmanter fand von ihr, nämlich von vor zwei Tagen, da hat sie gesagt, wir müssen als deutsche Wirtschaft größer denken. Und das würde ich komplett unterschreiben. Und das zieht auch so ein bisschen einen, ich will nicht sagen, Trennungsstrich zum Vormittag, wo wir sehr stark uns das Thema Industrie 4.0 angeschaut haben. Und ich persönlich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, aber dass wir das Thema digitale Transformation damit nicht annäherungsweise erschlossen haben. Denn das Internet wirkt sich insbesondere auf das Konsumentenverhalten aus. Und natürlich kann ich im Backend und in meinen Produktions- oder Fertigungsprozessen die schönsten Sachen automatisieren machen und meine Supply Chain wundervoll vernetzt haben. Aber wenn ich den Kontakt zum Kunden verliere, weil der auf einmal ganz anders shoppt oder vielleicht auch ganz andere Produkte will oder ganz andere Services, dann habe ich auch durch Industrie 4.0 erstmal nicht so viel gewonnen. Und die Perspektive, um ehrlich zu sein, die fehlt mir sehr stark an der deutschen Wirtschaft. Aber das ist genau der Angriffspunkt, wo uns die Amerikaner momentan massiv die Hosen ausziehen. Über Amazon, über Google, über die Gaffas, über Facebook, vielleicht auch Alibaba aus China und manch ein anderer aus dem Osten. Und da wir tatsächlich so ein Stück weit uns im Neuland bewegen, habe ich auch dieses Bild bewusst gewählt. Also es geht im Endeffekt aus meiner Perspektive darum, Brücken in die Zukunft zu bauen, aber eben in eine Zukunft, die sogar vernebelt ist. Also es ist nicht nur Neuland, sondern es ist auch noch eine Nebelwand, durch die wir irgendwie durch müssen. Und es heißt so schön Digital Leadership. Also was heißt das denn eigentlich für die Führung von Organisationen, wenn ich als CEO oder als Abteilungsleiter ein Stück weit eine Richtung vorgeben muss, aber in Wirklichkeit mich auf so einer Brücke befinde, die irgendwo in den Nebel führt, dann ändert sich ganz viel in der Art und Weise, wie wir in Organisationen in Zukunft Strategien entwickeln, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Pläne für die Zukunft machen, wie wir budgetieren, auch was die persönliche Rolle von Führungskräften ist. Weil ich nicht mehr sagen kann, ja die nächsten zehn Jahre, das ist übrigens unser Plan. Und das ist das Thema, das ich ein Stück weit mit Ihnen angehen möchte. Das heißt also im Prinzip die digitale Kompetenz, insbesondere auf Management-Ebene ein Stück weit zu steigern. Naja, und dass das ein klein wenig auseinander liegt. No, you weren't downloaded, you were born. Könnte jetzt so eine Frage von meiner Tochter oder eine Antwort von ihrer Mutter gewesen sein. Und dass es natürlich dort eine ganz andere Sozialisierung gibt in den Generationen, das ist ihnen wahrscheinlich noch neu. Und das war tatsächlich auch etwas, was ich mit Frau Merkel bearbeitet habe, das Buch, was mir danach herausgegeben heißt, wenn Anzugträger auf Kapuzenpullis treffen. Und dort haben wir ein Stück weit geschaut, wie sind eigentlich die Werte von diesen unterschiedlichen Generationen. Und wir haben dort die Industry Natives, so habe ich sie mal genannt, in anderen Industrien, in der Medienindustrie nenne ich sie auch gerne die Paper Natives. Also wer von ihnen hauptsächlich noch mit Fax arbeitet, der qualifiziert sich dann definitiv als Paper Native. Und eben die Internet-Generation, die Digital Natives. Und es sind eben unterschiedliche Wertewelten. Und diese Wertewelten sind eben sehr stark geprägt aus dem Industriezeitalter. Und um das gleich vorweg zu schicken, es gibt auf diesem Bild kein richtig oder falsch. Also das ist jetzt etwas der therapeutische Ansatz. Also sie sind auch völlig okay, egal auf welcher Seite sie sich wohler fühlen. Und beide Werte werden auch weiterhin gebraucht. Die Herausforderung ist nur, dass ich von den meisten Managern immer höre, es wäre schon toll, wenn wir schneller, innovativer werden und wenn wir uns globaler und vernetzter aufstellen würden. Ja, wenn ich dann aber auf die Werte gucke, es geht um Qualität, um Sicherheit, um Datenschutz, um persönliche Beziehungen, dann erkennt man schon, dass das jetzt, was ich gerade gesagt habe, Geschwindigkeit aufnehmen, global vernetzen, nicht direkt die Kernwerte von sehr vielen der Industry Natives sind. Und ich habe heute auch schon einige Aussagen so in die Richtung gehört. Also wie können wir Sicherheit bei Cloud-Technologien, wie können wir das sicherstellen, dass wir dort nicht gehackt werden? Natürlich ist das extrem wichtig. Aber wenn das die ersten Fragestellungen sind, wie können wir es sicher machen, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich vielleicht nicht die innovativste Lösung sofort am Markt habe. Und die Frage ist, wie kriege ich das beides balanciert? Und das ist eine Führungsaufgabe. Eine Führungsaufgabe, diese beiden Seiten so in Einklang zu bringen, dass es zu dem entsprechenden Problem gerade passt. Weil auf der anderen Seite habe ich eben die Internet-Generation und die fordert eben Schnelligkeit ein, die fordert Offenheit ein, Transparenz und eben globale Kontakte. Ich hatte heute beim Frühstück ein sehr spannendes Gespräch. Da sagte mir jemand, naja, also im Vertrieb ist ja die persönliche Beziehung schon extrem wichtig. Und dann würde ich sagen, ja, das ist sicher richtig, wenn ich mit einem Industry Native spreche. In dem Moment, wo ich jemanden hier drüben habe, dann wird der vielleicht sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, mit dem Essen zu gehen und dass der mich anruft und dass ich mit dem lange Zeit verbringen muss, der soll mir mein Problem lösen und den Vorschlag irgendwie übers Internet schicken. Bleib mir fort mit diesem blöden persönlichen Kontakt. Ich überziehe ein bisschen. Aber wir haben tatsächlich mit einem Industrieunternehmen haben wir das untersucht. Da kam aus dem Vertrieb glasklar die Aussage, unsere Kunden bestehen auf persönliche Betreuung und persönlichen Kontakt und denen ist das extrem wichtig. Und dann haben wir das untersucht und haben gesagt, jupp, ihr habt recht. Eure Kunden bestehen auf persönlichen Kontakt. Können wir in der zweiten Runde vielleicht nochmal die Kunden untersuchen, die ihr nicht habt? Und dann war es genau andersrum. Die Kunden, die das Unternehmen nicht hatte, waren die, ja, nee, mit denen möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten, die habe ich im Netz auch gar nicht gefunden. Oder ich wusste gar nicht, wie ich da irgendwen kontaktieren kann und Faxen habe ich nicht gelernt. Und deswegen ist es eben so wichtig zu schauen, wo stehen dann eigentlich meine Kunden und eben nicht nur die, die ich heute habe, sondern eigentlich 100 Prozent meiner Kunden und insbesondere die junge Generation. Was sind deren Erwartungen? Und die sind recht gnadenlos. Die wollen einfach ganz schnell ihr Problem beantwortet haben. Aus die Maus. Und das ist der Punkt, an den es relativ häufig scheppert. Und die Frage eben in dieser digitalen Transformation erlebe ich immer wieder Diskussionen um. Können wir jetzt schnell? Ja, nee, aber es muss aber fehlerfrei sein. Und also ganz viele Konflikte in Organisationen im Rahmen dieses Wandels sind eigentlich immer an dieser Bruchlinie zwischen den Werten. Und da möchte ich Sie als Manager einfach auffordern, haben Sie ein waches Bild drauf, dass Sie eine gute Balance zwischen diesen Werten in Ihren Teams, in Ihren Projekten haben. Weil Sie brauchen beide Seiten. Und es gibt eben in dem Sinne kein richtig und falsch, sondern es sind unterschiedliche Ansichten und eher, wenn ich es balanciere, wird ein Schuh draus. Eigentlich ist das fast, ich könnte jetzt auch aufhören, wenn Sie möchten. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was ich Ihnen vermitteln möchte. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Sie in der Transformation haben. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht die Leute abstempeln und sagen, ja, das ist ja einer mit Datenschutz und Sicherheit und den brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr, ist auch falsch. Also kriegen Sie die beiden Seiten gut zusammen. Und jetzt müssen Sie etwas tapfer sein. Wir haben nämlich eine Studie gemacht, eine Untersuchung, wo wir über 1000 Leute gefragt haben, die Vorreiter in der digitalen Transformation im deutschsprachigen Raum sind. Und die haben wir gefragt, was glaubt ihr denn eigentlich, was ist die die größte Gefahr des Scheiterns? An welcher Stelle kann es am meisten scheppern? Und es kam zurück, naja, wir befürchten eine ziemlich große Selbstüberschätzung. Und dann haben wir befragt, wie hoch ist denn deine eigene Kompetenz in der digitalen Transformation und wie hoch ist die von anderen Bereichen aus deiner Organisation? Und schätze das mal ein. Und da kam was ganz Interessantes heraus. Nämlich die Selbstüberschätzer und die Überschätzten. Im Marketing, da war die Überschätzungsquote ungefähr Faktor 2. Da könnte man jetzt sagen, es ist berufsbedingt, passt das noch. In HR ungefähr Faktor 2,5. Da wird schon kritischer, weil das sind die, die eigentlich für die Ausbildung sorgen müssen, dass ich die digitalen Kompetenzen in der Organisation schrittweise steigere. Aber da, und deswegen meinte ich, müssen Sie jetzt etwas tapfer sein, da, wo es eigentlich am größten auseinanderfällt zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung, ist die Unternehmensführung, das Topmanagement. Das eigentlich sagt, ich habe das eigentlich schon ganz gut im Griff und voll verstanden. Und die Leute, die sich ein Stück weit damit auskennen, sagen, naja, da ist noch ein bisschen Beatmung notwendig. Und das ist halt leider 300 Prozent Selbstüberschätzung. Und das ist schon eine ganze Menge. Natürlich spielen da auch andere Mechanismen noch mit rein, dass vielleicht Mitarbeiter dem Topmanagement das auch nicht so zutrauen und so weiter. Aber alleine, dass diese Zahl im Raum steht, ist schon aus meiner Sicht, finde ich, das größte Risiko in der digitalen Transformation. Dass das Management-Team nicht glaubwürdig in der Lage ist, die Organisation mitzunehmen in dieser Transformation. Und dann kommen wir zum zweiten Risiko. Da gucken wir einmal kurz in die IT-Abteilung und die ganze Organisation ist sich fest der Meinung, die in der IT, die kriegen das schon irgendwie hin. E-Mail können wir ja auch. Und die IT-Selver sagen, ja, also so ganz einfach wird das nicht. Das heißt, da also die, die im Endeffekt relativ viel von dem auch umsetzen müssen und entwickeln müssen und programmieren müssen, sagen, naja, Moment, das sind andere Programmiersprachen, das sind andere Mechanismen, wir müssen da viel mehr über Outsourcing und so weiter und so fort, können wir eigentlich alles gar nicht. Das heißt, in der Steuerung der digitalen Transformation und in der Umsetzung haben wir zwei recht große Risiken verborgen. Und die kann ich aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit vielen Top-Managern, aber auch gleichzeitig in der Umsetzung, in Umsetzungsprojekten bestätigen, dass uns teilweise wirklich Ansprechpartner fehlen, die uns kompetente Auskunft geben können. Wo steht denn das Unternehmen eigentlich digital? Soll ich noch weitermachen? Gut, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Also wir sind uns eigentlich alle einig, das stammt aus einem Workshop mit Herrn Setsche, 90 Prozent aller Innovationen stammen irgendwie aus der digitalen Welt. Das war vor, ich habe mal Maschinenbau studiert, da war das anders, da hat man gesagt irgendwie, da kommen 90 Prozent aller Innovationen im Sinne von Patentanmeldungen und so weiter, kommen aus dem Elektrotechnik-Umfeld, also viel, wo Sie auch Ihr Zuhause haben. Mittlerweile ist es eben wirklich die digitale Welt und ehrlich gesagt, das zieht sich durch alle Branchen durch. Das ist von Agrar, wie wir von Klaas vorhin gehört haben, bis hin zu Hightech-Branchen. Und ein bisschen erzählen möchte ich aus der Musikindustrie, weil ich dort auch aktiv gearbeitet habe. Ich habe eine Zeit lang für Napster gearbeitet und die Entstehungsgeschichte von der ganzen Geschichte haben Sie wahrscheinlich sehr gut am eigenen Leibe mitbekommen. Es gab die CDs und dann kam Napster irgendwann, hat den ganzen Markt ziemlich auf den Kopf gestellt, man nennt das Disruption, dass Leute auf einmal in der Lage sind, verlustfrei, kostenlos Musik runterzuladen und mit Leuten zu teilen. Ja, fern jeder Legalität. Und mittlerweile nutzen wir halt alle oder viele so Streaming-Services, sodass wir einfach das Musik als Service nach Hause bekommen. Aber wenn wir uns ökonomisch mal angucken, was da eigentlich passiert ist, ist das eigentlich ganz spannend. Also ich habe mal die Zahlen aufgeschrieben. Wie sah das denn so aus mit den Umsätzen? Und es gab eigentlich so zwei echte Highlights. Das war damals die Schallplatten. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ganz dunkel. Und dann kamen die CDs. Und die CDs waren für die Musikindustrie eigentlich die tollste Erfindung überhaupt. Ja, weil erstens haben die Leute CDs gekauft, um die aktuellen Hits zu haben. Und dann haben sie festgestellt, ach naja, das mit den Schallplatten, das klingt ja alles nicht so gut. Also kaufe ich das, was ich erst gekauft habe, nochmal. Damit erklärt sich weitestgehend auch, dass der Peak deutlich höher ist als bei Schallplatten. Ja, also ein tolles Geschäftsmodell. Das gleiche nochmal auf einem anderen Trägermedium zu verkaufen. So und dann hat die Musikindustrie gesagt, naja gut, im Jahr 2000 kam jetzt Napster. Also wirklich das Jahr, wo es der Musikindustrie in der ganzen Geschichte mit Abstand am besten ging, kam auf einmal Napster und hat durch Raubkopien den CD-Markt weitestgehend kaputt gemacht. Also quasi um 90 Prozent reduziert. Und das Ganze in zehn Jahren. Stellen Sie sich das für Ihr Geschäft vor. Ja. Und dann hat die Musikindustrie gesagt, ja, ist ja kein Thema. Dann stellen wir halt die CDs digital ins Netz und die Leute können sich das dann für einen lustigen Preis von 18,99 Euro runterladen. Und die Kunden sagen, das ist ja fett. Ohne CD, den gleichen Preis, schwierig. Und sowieso, ich will eigentlich gar nicht eine ganze CD kaufen, sondern eigentlich möchte ich nur ganz punktuell irgendwas kaufen. Also einen Song, wegen dem ich mir früher die CD. Also gib mir doch einfach den Song. Und schwupps sank dann auf einmal der Preis und die Zahlungsbereitschaft irgendwie auf einen Euro für das, was vorher eben 18,99 Euro oder so gekostet hat. Das erklärt die Umsatzverluste, aber auch, dass digital das nicht wirklich wettmachen konnte. Das ist nämlich die richtig schlechte Nachricht. Also die Musikindustrie hat gesagt, wir machen jetzt unsere Produkte digital, sind ja eigentlich auch schon digital, stellen das jetzt im Internet auch alles wunderbar zur Verfügung, aber geholfen hat es auch nicht richtig. Und das ist nicht nur mit der Musikindustrie gegangen. Das geht allen Industrien so, wo die Produkte zu einem Großteil irgendwie was mit digital haben. Und wer aus dem Bankingsektor kommt oder aus dem Versicherungsumfeld kommt oder allgemein aus der Filmenbranche, aus der Zeitungsbranche, die kennen diese Zahlen alle. Weil das ist überall so, wo digital auf einmal in so einem Markt aufschlägt. Ich habe keine Chance, meine alten Umsätze wieder zu holen. Und ich glaube auch der Energiemarkt, da deuten sich auch so erste Geschichten an, dass sich sowas in die Richtung auch entwickeln könnte. Also mit anderen Worten, das Internet ist eigentlich nichts anderes als eine große Effizienzmaschine. Das mögen Sie ja. Sie mögen ja Effizienz, habe ich heute Morgen gelernt. Also sprich, das Internet zu nutzen, um Effizienzen zu heben, das ist irgendwie logisch. Und da sind wir auch viel bei Industrie 4.0. Aber da müssen wir uns alle damit abfinden, dass unsere Umsätze halt irgendwie nach unten gehen. Und das macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Also was ist noch passiert? Naja, da kam dann irgendwann jemand und hat gesagt, naja, Moment, also wenn die Leute alle irgendwie Musik wie bekloppt wollen und sich das runterladen, dann brauchen wir ja irgendwann etwas, wo ich das alles speicher und gut sortieren kann und irgendwie durchflippen kann und das vielleicht auch ein bisschen ansprechend aussieht und vielleicht sogar ein Mode-Element wird. Und das war der iPod. Das waren dann die Umsätze, die Steve Jobs damit verdient hat. Und irgendwann hat er sich gesagt, naja, dann kleben wir an den iPod noch eine Antenne und nennen das Telefon. Und das waren die Umsätze. Zugegeben, das ist jetzt etwas, der Herr Berater lacht schon, Vergleichen von Äpfel mit Birnen. Ist mir auch klar. Aber so funktioniert blöderweise das Internet. Das Internet vergleicht immer Äpfel mit Birnen. Ja. Da kommt aus irgendeinem anderen Markt jemand reingegrätscht und verdient irre Geld mit dem, was ursprünglich mein Business war. Und jetzt ist Ihre kreative Aufgabe, darüber nachzudenken. Egal, ob Sie Maschinenbauer sind, Energieversorger oder was auch immer oder Berater. Was heißt das für mich? Wo habe ich Verluste von gefühlten 80 Prozent und wo kann ich gleichzeitig wieder Spaß haben, um das wieder wegzumachen? Und das ist nicht im Kerngeschäft in der Regel. Das ist digitale Transformation mal aus so einer Business Perspektive. Und das funktioniert eigentlich in allen Märkten. Und man sieht auch schon so Bewegungen in allen Märkten. Also die, die früher Handel gemacht haben, die sagen sich, okay, können wir irgendwie das, was uns Amazon wegnimmt, irgendwie an einer anderen Stelle irgendwie wieder verdienen und setzen vielleicht stärker auf Services und so weiter. Also man erkennt diese Bewegung der Branchen Grenzen, dass die eben immer mehr verschwimmen, erkennt man sehr deutlich. Dass aber nicht ganz klar ist, ob uns das jetzt gut tut oder nicht so gut tut, haben auch wieder Berater ermittelt, in dem Fall von Roland Berger, die halt irgendwie sagen, naja, also es könnte gut gehen, wir können einen substanziellen Zuwachs an Wertschöpfung, an Brutto-Wertschöpfung erzielen. Es kann aber auch sein, dass es nach unten geht. Das ist jetzt irgendwie ein spannende Aussage eines Beraters. Kann er oben, aber kann er unten. Das ist ein bisschen wie Wettervorhersage. Und genau so ist es. Wir sind wieder im Nebel. Wir wissen nicht genau, wie es sich entwickelt. Aber es hängt ehrlich gesagt ziemlich stark von uns ab. Es hängt davon ab, wie wir uns in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft aufstellen, wie wir unsere Organisation fit fürs digitale Zeitalter machen. Ob Ihre Mitarbeiterzahlen nach oben gehen und Ihre Umsätze nach oben gehen oder ob sie nach unten gehen. Das ist Ihre Entscheidung. Es ist Ihr Handeln. Wir können das bestimmen. Und das meint Angela Merkel mit, wir müssen ein bisschen größer denken. Also nicht in, wir machen weiter wie bisher, nur ein bisschen effizienter. Sondern wir müssen es teilweise auch mal anders machen. Und größer. Weil genauso wie in Otto sehr stark, also Otto ist so eine der ganz wenigen Organisationen in Europa, die echt einen richtig guten Transformationsweg hingelegt haben, auch wenn sie gegen Amazon faktisch verloren haben. Aber die gewinnen halt, weil andere Retailer noch langsamer sind. Und Deutschland kann gewinnen, weil andere Länder noch langsamer sind. Sag ich mal so mit großem Optimismus. Das ist unsere Chance. Also was passiert, wenn wir jetzt keine Transformation machen, dann übernehmen. Und das ist eben der Teil, wenn ich wieder ein bisschen flapsig sagen darf, Industrie 4.0 hat hier seinen Schwerpunkt. Aber die Angriffsfläche von allen digitalen Rockstars, die da kommen aus dem Silicon Valley und aus China werden in Zukunft noch viel mehr kommen. Also hier kennen wir eigentlich nur Alibaba und WeChat oder so. Da kommt noch richtig was auf uns zu. Weil die haben viel mehr Nutzer auf einen Schlag als die aus dem Silicon Valley. Und die sind viel aggressiver, weil die setzen nicht auf Marketing, so wie Google oder Facebook, die ihr Geld mit Marketing verdienen, sondern die machen direkt Umsatz. Die verkaufen einfach direkt. Also wenn wir über Automobilindustrie reden, ich kann heute über sowas wie WhatsApp kann ich ein Auto bestellen. Da muss ich keinen Vertriebler oder irgendwen mehr sehen. Da klickere ich ein, was ich für ein Auto haben möchte, bumms, alles klar, kommt. Das ist schon ein bisschen was anderes als so, wie wir das momentan gewöhnt sind. Und das ist die Gefahr, dass sich da halt der ein oder andere einfach irgendwie so reingrätscht. Am Beispiel von der Filmindustrie und das Ganze heißt Rückwärtsintegration. Also klassisch Wertschöpfungskette und ich habe jetzt bewusst nicht Ihre gewählt, sondern einfach mal eine, damit es ein bisschen entspannter für Sie ist. Hier haben andere das Problem. Also da gibt es so die klassischen, die Fernsehsender und Kinos und so. Und hinten die Produktionsfirmen, die Hollywood Studios, die wir alle so kennen, MGM und wie sie alle heißen, die ganzen großen. Und die Produktionsfirmen, die haben halt das große Risiko, die hauen halt regelmäßig irgendwie einen Film raus und also in der Musikindustrie ist es so, 80 Prozent aller Produkte erreichen nie Break Even in der Musikindustrie. Wie würde sich das anfühlen für Schneider? Ist normal in der Medienindustrie, ist eine Hit-Industrie. Genauso ist es in der Filmindustrie eigentlich auch. Naja und dann kam so eine Firma, die heißt Netflix. Und die hat dann irgendwann gesagt, naja, also wir verschicken jetzt erstmal DVDs, darüber kamen sie und als Bertelsmann haben wir damals sogar überlegt, die zu kaufen. Im Nachhinein muss man sagen, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil die hätten sich sonst wahrscheinlich nicht so entwickelt. Und Netflix hat dann irgendwann, nachdem sie festgestellt haben, dieses DVD durch die Gegend schicken, ist auch irgendwie umständlich. Also bieten wir das halt einfach übers Netz an, über breitbandige Netze können sich die Leute die Filme direkt runterlagen oder direkt streamen und direkt angucken. Kennen wir alles. Und dann haben sie irgendwann in ihre Bilanz geguckt und haben festgestellt, ey, was wir an Lizenzgebühren, an diese Hollywood Studios zahlen, das ist ja echt viel Geld. Und haben sich gesagt, hm, haben sechs Data Scientists, also so Daten-Nerds, ja, an die Daten drangesetzt und haben gesagt, forstet das mal durch und entwerft mal das optimale Produkt, mit dem wir ins Rennen gehen können. Und seitdem produzieren die eine Serie nach dem anderen und haben eigentlich praktisch keine Flops produziert, weil die aufgrund der Kundendaten in der Lage sind, genau vorherzusehen, was ist das Nutzungsverhalten, was wollen die Leute eigentlich. Und mit anderen Worten, schwupps, das passiert. Und jetzt suchen wir nochmal ganz kurz Industrie 4.0 in diesem Bild. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das zu 100% so passiert, würde ich jetzt auch nicht so groß einschätzen. Aber ihre Marktmacht wird höchstwahrscheinlich abnehmen, wenn jemand irgendwie sich dazwischenflanscht. Das erleben die Versicherungen jetzt gerade, ja, durch die ganzen Portale, Check24 und Co. Energie, im Energiemarkt ist es genau das Gleiche, ja, in der App, die sagt, gib mir einfach irgendwie deine Daten und deine Einbilligung und ich wechsle für dich immer zu dem Provider, der am günstigsten ist. Na, ho redo, das wird schon ihren Markt etwas verändern. Und dann sind sie genau in der Situation. Dann sind sie nämlich nur noch auf Kostenebene im Kontakt mit dem Kunden. Und das macht hier in Europa nicht wirklich Spaß. Gut, also mit anderen Worten, wir reden über eigentlich jede Branche. Also die Spielebranche, die wandert sich auch Richtung Virtual Reality. Wir reden über Banking, ja, die Internet-Generation. Die ist mal gefragt worden, bevor du zu einem Bankberater gehst, was wäre so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Über 70 Prozent haben gesagt, ich gehe lieber zum Zahnarzt als zum Bankberater. So viel zum Thema Filialsterben von Banken, ja. Das Thema autonome Fahren, das haben wir natürlich schon gehabt. Dann das ganze Thema Bestellen, also hier gibt es den Amazon Dash oder Amazon Echo, haben Sie vielleicht schon gehört, wo sie halt einfach im Wohnzimmer permanent abgelauscht werden und während sie Mensch ärgere dich nicht spielen, mit ihren Kindern können sie nebenbei sagen, ich bräuchte nochmal Waschpulver. Und Amazon Echo sagt dann okay und hört im Prinzip die ganze Zeit mit. Und in Dubai gibt es, kennen Sie diese Kühlschrankmagneten? Da gibt es so Kühlschrankmagneten, die klebt man halt logischerweise in den Kühlschrank, sieht aus wie eine Pizza und dann drückt man drauf und eine Viertelstunde später steht einer an der Wohnungstür und sagt, ich habe eine Pizza für Sie. Nämlich die Pizza, die man das letzte Mal auch schon bestellt hat. Ich empfehle nur, diese Kühlschrankmagneten nicht in Kinderhöhe aufzuhängen. Ja und dann haben wir bei einem Energieversorger einfach mal gefragt, ein Kunde von uns, wie führt ihr euch eigentlich vorbereitet auf die digitale Transformation? Und da haben immerhin 5% gesagt, ja eigentlich so ganz okay. Die anderen 95% haben gesagt, wir sind nicht wirklich vorbereitet und das ist glaube ich auch die realistischere Sichtweise. Was passiert jetzt eigentlich entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette und wieder relativ branchenneutral? Also es geht los mit Innovationen im Finanzierungsumfeld. Also viele Startups lassen sich über die Crowd, also von wildfremden Menschen finanzieren, die gehen nicht mehr unbedingt zur Bank. Mittlerweile werden Wohnblöcke über 100 Millionen, über Crowdfunding nennt sich das, also von wildfremden Menschen, die vielleicht in einer Nachbarschaft wohnen oder einfach Geld anlegen wollen, darüber finanziert. Also die Art und Weise, wie Innovationen finanziert werden, ist eine ganz andere. Und Kickstarter ist schon spannend, wenn man mal so ein bisschen sehen will, was so alles an Produkten in der Pipeline ist. Da gibt es auch eine ganze Menge Rohrkrepierer, also Leute, die viel Geld reingesteckt haben und das Produkt kommt dann später nicht in den Markt und das Geld ist halt weg. Von daher ist alles noch nicht so ganz ausbalanciert, aber man spürt, dass da eine Menge Potenzial ist. Das ganze Thema Logistik und Vertrieb, ich habe jetzt so als Hamburger mal MyTaxi hier reingenommen. Aber MyTaxi ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie Innovationen momentan eher schwierig funktionieren in Deutschland. MyTaxi ist zur gleichen Zeit wie Uber gestartet. Und da kamen die ersten Investoren, ich überziehe jetzt ein bisschen, und haben gesagt, Mensch, das ist ja ein super Konzept und auch tolle Technologie und so weiter. Ihr seid in Hamburg, wir helfen euch jetzt mal, dass ihr nach München und Berlin geht. Ja, zeitgleich ist Uber im Silicon Valley gestartet und hat gesagt, wir wollen die Taxifahrer weltweit ersetzen. Bums. Und schon waren die 50 Milliarden wert. Und nicht mit irgendwie, wir gehen mal nach Berlin und mal nach München. Und im Prinzip hat MyTaxi relativ schlechte Karten gegen so einen amerikanischen Wettbewerber. Und mit Xing und LinkedIn ist ein ähnlicher Vergleich. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass Logistik und Vertrieb sich extrem ändert. Und momentan ist das im Zusammenhang mit E-Commerce eigentlich so das Hauptkampfgebiet, nämlich wie gelingt es mir, Dinge möglichst schnell auszuliefern. Amazon schafft es innerhalb des selben Tages, Same-Day-Delivery. Die haben gerade ein Patent bekommen, dass sie Zeppeline über große Städte quasi in die Luft hängen und von dort aus fliegen dann Drohnen los und liefern quasi innerhalb von wenigen Minuten Produkte aus. Oder andere Konzepte von Otto zum Beispiel, die haben investiert oder hatten investiert in eine Firma, die quasi einfach guckt, in welchen Läden ist ein Produkt, das man gerade bestellt hat, in der Umgebung verfügbar. Und dann schicken die halt einen Fahrradkurier. Und das Ganze ist wirtschaftlich dadurch getrieben, dass je schneller ich ein Produkt auslieferte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr zurückgeschickt wird. Also wenn ich mir jetzt, um beim Thema zu bleiben, Ohrringe bestelle und die kommen zwei Wochen später, dann gucke ich da drauf und denke so, so cool sind die jetzt eigentlich doch nicht und die Veranstaltung, die Party ist auch schon durch. Aber wenn die nach einer Viertelstunde bei mir auf der Tür liegen, dann denke ich, alles klar, ziehe ich gleich heute Abend an. Klick. Also funktioniert nicht nur für Ohrringe, sondern... Ja, Produktion und Maintenance. Das Thema 3D-Druck, finde ich, ist schon echt toll behandelt worden. Local Motors ist auch ein, finde ich, sehr spannendes Beispiel auch, finde ich, für die Art und Weise, wie sie halt, steckt hier drin, Local Motors, dass sie halt lokale Fabriken machen wollen und eben nicht ein zentrales Konzept haben. Und deswegen ist 3D-Druck für die Strategischheit auch wichtig. Ja, oder eben, dass Turnschuhe gedruckt werden. Man geht quasi in den Laden rein, Füße werden abgescannt und kurz danach werden die Dinger gedruckt und ich kann damit dann rausspazieren. Man kann tatsächlich auch Gold drucken. Ja? Also gut, man braucht vorher Gold, aber... Entschuldigung, ich habe da kurz Hoffnung gemacht, glaube ich. Ja, ja, bitte. Ja, das ganze Thema Service und Weiterbildung, da ändert sich natürlich auch extrem viel. Also dieses lebenslange Lernen, also die Möglichkeit, alles, was man an Wissen irgendwie in seiner Organisation braucht, dass man das eher kuratiert und dass es eben einfach kostenlos verfügbar ist und dass man einfach diese Chance nutzen kann. Und dann möchte ich Sie ja auch aufrufen. Es gibt so ohne Ende viel Wissen im Netz, zu dem Sie sich weiter... Also warten Sie da bitte nicht auf das nächste Seminar aus Ihrer HR-Abteilung. Ja? Sondern seien Sie proaktiv und gucken Sie sich einfach an. Das können TED-Talks sein oder auf YouTube oder, oder, oder. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. Da ist qualitativ oder von Aachen oder Harvard oder es ist so viel da, was wirklich spannend ist und wirklich Top-Qualität hat. Ja, und R&D und Design, wir haben ein Projekt für Telekom und auch für Daimler gemacht. Es gibt halt Plattformen, Crowdspring heißt eine. Dort kann man im Prinzip ein Briefing hochstellen und sagen, ich hätte gerne das Bügeleisen der Zukunft. Macht mal Vorschläge. Auf dieser Plattform sind über 100.000 Leute. Von diesen 100.000 Leuten hat garantiert irgendeiner einen guten Einfall, wie so ein Bügeleisen der Zukunft aussehen könnte und liefert dann ein Design. Und ich selber moderiere sozusagen nur den Prozess, gebe hier und da mal Feedback, mache das quasi wie eine Ausschreibung und am Ende suche ich mir den aus, der mir das spannendste Konzept geliefert hat. Das funktioniert für ein Website-Design genauso für ein Produkt oder eine Produktionsanlage oder ein Interface für eine Produktionsanlage oder ähnliches. Und dann zahle ich ein paar hundert Dollar und bekomme wirklich ein richtig geiles Design. Und das ist nicht schwierig. Schwierig ist es nur, den Prozess, den Einkauf leicht zu erklären. Aber wenn Sie nicht anfangen, solche Konzepte zu nutzen, Ihre Wettbewerber werden es garantiert früher oder später machen. Und die Wahrscheinlichkeit, das erzähle ich auch Werbeagenturen, die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser 100.000 Leute eine gute Idee hat, ist deutlich größer als Ihr Fünf-Leute-Team. Bei allem Respekt. Also binden Sie die da draußen, die tolle Ideen haben, einfach intelligent ein. Das ist nämlich auch in anderen Prozessen denken. Nehmen Sie auf jeden Fall das Thema Kundennähe mit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Rossignol so ein bisschen kennt. Das Beispiel ist sowieso so anfassbar, auch wenn es jetzt irgendwie nicht zu 37 Grad draußen irgendwie passt. Aber Rossignol hat eine App entwickelt, die sozusagen die Ortsdaten permanent aufzeichnet. Und ich gebe halt einfach ein, mit was verschieren, bin ich unterwegs. Und die sammeln Daten. Warum machen die das? Irgendeine Idee? Kundenbindung. Bingo. Genau. Also mit anderen Worten, die melden sich dann irgendwann. Übrigens, sie gehören zu den Top 10 Prozent. Mit diesen Skiern sind sie so schnell unterwegs. Schneller als 90 Prozent der Leute, die diese Skier haben. Und übrigens, jetzt zum Winter kommt der Rossignol Super Sprint Pro Plus raus. Damit könnten sie es zu den Top 5 Prozent schaffen. Kostet nur 100 Dollar mehr. Das ist Kundenbindung, oder? Was ist der zweite Anwendungsfall? Also der ist, da hat man sofort ein ROI hinter. Was ist der zweite Fall? Produktentwicklung. Oh, ein bisschen Streber hier vorne. Na klar, Produktentwicklung. Das allererste Mal weiß jetzt Rossignol, wie überhaupt die Produkte genutzt werden. Stehen die die ganze Zeit im Keller rum. Wer nutzt eigentlich welche Produkte? Wie fahren die Leute eigentlich mit unseren Produkten? Und wie können wir unsere Produkte in Zukunft anders kategorisieren, vermarkten, bundlen und so weiter? Und an welchen Stellen können wir sie verbessern, schneller oder langsamer machen? Oder wie auch immer. Ganz einfach. Deswegen ist halt diese Kundenbeziehung so extrem wichtig. Und auch irgendwie ein vernünftiges Agreement zu haben, wem gehören jetzt eigentlich die Daten? Weil das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Alle träumen immer davon, dass sie irgendwie ganz viel Geld mit den Daten und es ist neue Öl und so weiter und so fort. Das setzt aber voraus, dass sie exklusiven Zugriff auf diese Daten haben. Wenn sie die Daten mit 27 anderen Firmen teilen müssen, dann ist da kein Business Case mehr hinter. Es zählen nur exklusive Daten. Und das ist natürlich relativ hart, so wie sie es auch ganz ehrlich zugegeben haben. Also so ein Daimler, der rückt die Daten nicht raus. Ist jetzt auch nicht besonders schlau vom Daimler, weil der könnte durchaus aggregierte Daten rausrücken, dass ihre Produkte besser werden. Das wäre schon im Sinne von Partnerschaft, macht das Sinn. Und deswegen glaube ich, und das fand ich am Vormittag so toll, wurde so klar gesagt, partnerschaftliche Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter ist so extrem wichtig. Nicht nur, damit man abends einen trinken gehen kann, sondern damit man sich über die Daten einigt. Und darüber einigt, wie kriegen wir das hin, dass wir beide von diesen Daten profitieren. Weil das ist nicht Null und Eins, nur ich und du gar nichts. Sondern da ist überall für beide Seiten was drin, wenn man das ein Stück weit auch mit mehr Offenheit angeht. Und deswegen schauen sie zu, dass sie dort auch tatsächlich ihre Kunden, ihre Partner mitnehmen und auch diese Themen da nicht drum rum tanzen, sondern wirklich schauen, was ist für uns beide dran an der Stelle. Also mit anderen Worten, wenn wir über digitale Transformation reden, da geht es eben nicht um Internet oder vielleicht noch schlimmer IT-Strategie, sondern es geht wirklich um eine Transformation. Jetzt fragt man sich, was ist denn eigentlich so eine Transformation? Was gehört da eigentlich alles zu? Und um ein bisschen Licht ins Dunkel zu schaffen, haben wir ein sogenanntes Rad der digitalen Transformation erfunden. Und es sind acht Handlungsfelder, wo Sie durchschauen können, egal ob Sie der CEO einer Organisation sind oder ein Team führen oder einen Bereich leiten. Diese acht Felder müssen Sie bespielen, wenn Sie die Transformation erfolgreich schaffen wollen. Das ist Basis von Wissenschaft und auch viel Erfahrung von Projekten, die wir gemacht haben. Und es fängt an bei einer digitalen Strategie. Habe ich eine digitale Strategie und Gleichheitsqualität, umfasst die digitale Strategie die anderen sieben Felder? Oder gehen wir jetzt nur, ich hacke jetzt wieder ein bisschen auf Industrie 4.0 rum, oder gucken wir einfach nur, haben wir die Prozesse jetzt optimiert? Das wird nämlich in der Regel nicht das volle Potenzial heben. Von der digitalen Strategie gucke ich mir an, wie können wir denn unsere Kundenbeziehungen eigentlich neu gestalten? Wie können wir die digital gestalten? Geht es jetzt darum, dass wir die Leute persönlich nach wie vor abholen? Können wir die inzwischen durch irgendwelche leicht skalierbaren digitalen Nachrichten? So nach dem Motto, die Störung wird dann und dann behoben sein und so weiter und so fort. Kann man schöne Kombinationen hinkriegen. Also das sind zum Beispiel Themen, da denkt ein Fahrstuhlhersteller, denkt da wunderbar drüber nach, wenn der irgendwie ausfällt. Das ist schon interessant zu wissen, wie lange, auf Basis von großen Datenmengen, wie lange dauert das denn wohl üblicherweise? Kann man eine Bandbreite angeben, wann der wieder funktionieren wird? Digitale Produkte und Services. Ja, wie kann ich jetzt das, was ich sozusagen physisch als Anlage und so weiter habe, kann ich das irgendwie mit der Cloud verbinden? Kann ich da Analytics drüber legen? Kann ich mobile Anbindungen machen, dass ich die irgendwie mobil steuern kann und so weiter? Da kennen Sie sich glaube ich richtig gut aus. Das ganze Thema digitale Prozesse. Das ist nicht ganz einfach. Weil zum Beispiel arbeiten wir mit einer Versicherung, die von sich sagt, wir sind die Nummer eins in der Dunkelverarbeitung. Dunkelverarbeitung klingt jetzt gerade hier in so einem schummerigen Raum ein bisschen komisch. Dunkelverarbeitung heißt, ein Schadensfall kommt rein, der wird im Keller sozusagen dann im Dunkeln verarbeitet, also automatisiert und hinten kommt die Entscheidung, wird ausgezahlt oder nicht. Und ich sage, ja klar, es macht ja Sinn, dass Sie da das automatisiert haben. Und wie ist das denn jetzt, wenn die Leute so Fotos machen von ihren Schäden? Was machen sie mit den Fotos? Ja, wir gucken, ob die irgendwie bearbeitet worden sind und so weiter. Okay, das macht Sinn. Und aus der Medienindustrie wusste ich nun, wenn man zum Beispiel nach Copyright, nach Fälschungen sucht, also hat jemand mal ein Bild geklaut, dann gibt es so Bildsuchmaschinen. Die suchen einfach schnell im Internet, gibt es das Bild irgendwo im Netz oder nicht? Und dann haben wir das mal gemacht und haben einfach mal die Bilder der letzten Monate mal kurz gescannt und mit dem Internet verglichen. Und da tauchten direkt 80 Fälle auf von einer Brille, von einer kaputten Brille. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so ein bisschen fußballaffin ist. Es gab eine ganz bekannte Brille, die kaputt gegangen ist. Kommt jemand aus Dortmund? Von Jürgen Klopp. Bingo, genau. Ja, Jürgen Klopp ist beim Tor-Jubelsturm irgendwann die Brille in den hohen Bogen runtergefallen, jemand draufgetreten, war sie kaputt. Die liegt mittlerweile im BVB-Museum. Also man kann dann vorbeilaufen, ein Foto machen, das an der Versicherung schicken und man kriegt Geld. Sie müssen noch nicht mal nach Dortmund fahren, weil das Bild ist, ohne Ende im Internet zu finden. Also laden Sie das Bild runter, schicken Sie Ihre Versicherung mit schönem Gruß von mir. In der Regel klappt es mit der Auszahlung. Mit anderen Worten, wenn Sie einen beschissenen Prozess haben, dann wird der nur, weil er digital ist, nicht besser. Denken Sie ein bisschen anders, denken Sie vernetzter, denken Sie da nochmal in Potenzialen. Das Thema Social Collaboration. Wie arbeiten Sie, wie schaffen Sie Innovationen, wie schaffen Sie eigentlich die Zusammenarbeit innerhalb Ihrer Organisation? Das glaube ich hat extrem, also je größer die Organisation ist, desto mehr Potenzial ist eigentlich da. Dass irgendeiner von 150.000 Mitarbeitern oder so irgendwie eine gute Idee hat. Und insbesondere, wenn die Leute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen. Ich habe einen Fall mitgekriegt bei Bosch, da ging es um eine Kreissäge. Das Blöde bei Kreissägen ist, wenn man so Holz sägt an einer Kreissäge, früher oder später ist der Finger ab. Also bei mir wahrscheinlich so innerhalb der ersten Stunde. Bei jemandem, der das gelernt hat, vielleicht erst nach zehn Jahren. Aber Grundregel ist, irgendwann ist ein Finger ab. Und dann kam ein amerikanischer Wettbewerber auf die Idee, quasi so eine Art Sensor zu entwickeln, der feststellt, wann nähert sich ein Finger und eben kein Holzstück, diesem schnell kreiselnden Sägeblatt. Und dann schieben die so Metallbolzen dazwischen. Also die Maschinenbauer zuckt es da irgendwie, dann hauen die so einen Metallbolzen, dann scheppert das. Das Sägeblatt ist kaputt, eventuell die Säge verzogen, aber der Finger ist noch dran. Immerhin. Und da haben sich die Ingenieure von Bosch, die ich sehr schätze, gesagt, das kriegen wir glaube ich auch eleganter hin. Und haben dann angefangen zu überlegen. Und haben sich überlegt, okay, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen irgendwie einen Auslösemechanismus, der extrem schnell ist. Haben wir das irgendwo bei uns im großen Laden? Und dann meldete sich einer aus dem Automotive-Bereich, ja wir machen noch Airbags. Und wenn Airbags und Kreissäge ist, klingt jetzt nicht so logisch. Und dann sind sie auf eine Idee gekommen, indem sie halt einfach über den Airbag-Auslösemechanismus das Sägeblatt quasi unter den Tisch fahren. Es knallt einmal kurz, so wie so ein Airbag halt knallt. Aber der Finger ist noch dran. Und das Sägeblatt ist heile. Man muss nur eine neue Kartusche reinlegen und dann kann man weiterarbeiten. Super Produkt. Und ich habe es ausprobiert. Also nicht mit dem eigenen Finger, aber mit so einem Wiener Würstchen. Das kommt dem Finger relativ nah. Und es funktioniert tatsächlich. Faszinierend. Und das zum Thema Collaboration. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie über Schnittstellen hinweg, also die Seelus in Ihrer Organisation ein bisschen durch Vernetzung aufbrechen, was da im Potenzial noch drin ist. Was wir da an Wettbewerbskraft noch rausholen können. Wenn Sie richtig verrückt werden wollen, dann machen Sie das natürlich auch auf die Art und Weise mit Ihren Partnern entlang der Supply Chain. Dass Sie sich offen darüber austauschen, wie können wir gemeinsam unsere Produkte optimieren und so weiter und so fort. Weil das, was ich aus vielen Industrien mitbekommen habe, ist, wenn man einmal die Spezifikationen runtergeschrieben hat und sich mit irgendeinem Supplier geeinigt hat, dass man dann freiwillig da nochmal rangeht und das verbessert. Boah, ist das anstrengend. Also sind beide Seiten nicht wirklich inzentiviert, die Zusammenarbeit irgendwie weiterzuführen, weil es irgendwie so ein starres System ist. Und deswegen haben Sie halt Supplier, die sagen, naja gut, wir haben die Spezifikationen und ein Glück, dass wir sie erfüllen, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen produktiver werden. Aber das Produkt wird dann nicht wirklich besser. Und da die Innovationsgeschwindigkeit nach oben zu drehen, das kriegen Sie nur über diese Collaboration hin. Das Mindset. Haben Sie das richtige Mindset in Ihrer Organisation? Dass Sie ein Stück weit denken können wie ein Startup. Dass Sie so pragmatisch sind wie ein Startup, aber gleichzeitig auch die Qualität liefern können. Transformation Management als siebter Bereich. Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit in diesem tiefgreifenden Wandel? Im Silicon Valley ist das total einfach. Dann nennt man das Pivoting. Also ich wechsle das Geschäftsmodell, stelle fest, ich brauche 80% meiner Mitarbeiter nicht mehr, die haue ich am gleichen Tag raus. Und dadurch, dass alle fast keine Kündigungszeiten haben, kann ich auch irgendwie 80% der Mitarbeiter quasi am gleichen Tag wieder neu besetzen. Das ist relativ einfach, so ein Change. Aber das geht hier in Europa nicht. Und es ist auch gut, dass das nicht geht. Also sind wir, wenn wir Änderungen haben, so wie jetzt mit der digitalen Transformation, wenn wir nicht sagen können, wir trennen uns mal eben von allen Mitarbeitern, die nicht digital können, müssen wir sie halt weiterbilden. Wir müssen sie mitnehmen in diesem digitalen Wandel. Und da, glaube ich, kommt echt was auf uns zu. Also schauen Sie drauf, dass Sie Ihren Mitarbeitern Zeit geben, sich mit dieser neuen Welt auch wirklich zu beschäftigen. Zielgerichtet. Und das Letzte, über das möchte ich heute hauptsächlich reden, ist eigentlich Digital Leadership. Also was können Sie als Führungskräfte eigentlich tun, um Ihr Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen? In die sogenannte VUCA-Welt. Und ich arbeite mit einem CEO, den ich sehr schätze, aus dem Mittelstand zusammen. Der hat so schön gesagt, I heard change starts at the top, then I looked up, but there was no one above me. Mit der Erkenntnis, dass er es wohl selber vorleben muss. Und er hat wirklich vor seinen Mitarbeitern einen richtig tollen Vortrag gehalten, in dem er auch gesagt hat, an welchen Stellen er gescheitert ist, wo er genervt war, dass er irgendwie sein iPad nicht mit dem E-Mail-System des Unternehmens zusammengekriegt hat und so weiter und so fort. Aber der hat wirklich am eigenen Leib gespürt, wie hart das eigentlich auch für die Mitarbeiter ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie als Führungskräfte den digitalen Wandel vorleben. Sonst klappt der nicht. Das heißt nicht, dass Sie Ihr eigener IT-Admin werden müssen. Das meine ich nicht. Aber dass Sie sich selber weiterbilden und selber vorangehen. Dazu fangen wir gleich mal mit einem kleinen Quiz an. Wie lange verbringt ein Erwachsener in den USA pro Tag mit Online-Medien im Vergleich zu Printmedien? Was glauben Sie, wie lange liest so ein durchschnittlicher Amerikaner irgendwelche papiergedruckten Zeitungen und Printmedien? Gar nicht. Gar nicht? Weil er nicht liest? So über den Daumen irgendwie ein Gefühl? Also null Minuten wäre hier bei gar nicht. Drei Minuten. Drei Minuten? Okay. Fünf Minuten? Er liest relativ langsam, deswegen braucht er ungefähr eine halbe Stunde. Ja? Und online? Wie viel Zeit verbringt er online? Zwei Stunden? Drei Stunden? Drei Stunden? 23,5 Stunden. 23,5 Stunden. Okay, das ist vielleicht die Euroergenze. Ja? Halbe Stunde Printmedien. Und mittlerweile sind es fast fünfeinhalb Stunden online. Ja? Manche, die intensiv, die intensiv am Tag. Jeden Tag. Die Intensivnutzer, die Handys nutzen, liegen ungefähr bei sechseinhalb Stunden Handynutzung alleine jeden Tag. Sechseinhalb Stunden Handynutzung. Wie lange hat es gedauert, bis 50 Millionen Nutzer erreicht wurden? Mit dem Telefon? Ach du Scheiße. War das eine Antwort? Viele lange Jahre. Das trifft es schon ganz gut. Irgendeine Idee? Irgendein Bauchgefühl? 20 Jahre? War mehr. 75 Jahre. 75 Jahre. Das war eine gemütliche Zeit. Und bei Fernseher? 25? 10? Genau. Es kommt näher. 13 Jahre. Facebook? Ursprünglich so als Foto-Dings in Harvard gestartet, von Mark Zuckerberg, der einfach wissen wollte, wie sehen die Mädels eigentlich aus hier an meiner Uni? Bis es 50 Millionen Nutzer hatte? Zwei Jahre? Dreieinhalb Jahre waren es. Und was ist das hier? Angry Birds. Wie lange hat das gebraucht? Sechs Monate? Nee? Tage. 35 Tage. Genau. Ich muss zugeben, von der Erfindungshöhe Angry Bird und Telefon, da kann man jetzt drüber streiten. Aber Sie merken, wie schnell sich Innovationszyklen und eben gerade die weltweite Verbreitung. Also wenn Sie heute irgendwo einen Film releasen oder so, zack, der geht halt sofort um die Welt. Und das gilt eigentlich auch für physische Produkte. Warum sind 90 Prozent aller Smartphones in Japan wohl wasserfest? Damit sie nicht ins Klo fallen. Sehr schön. Noch eine Idee? Baden? Schweißhände? Okay. Baden ist schon nah dran. Badehauskultur? Genau. Japanerinnen nehmen die teilweise mit unter die Dusche. Also so nah ist sozusagen uns das Handy mittlerweile schon gekommen. Also Tim Cook, der Apple-Chef, der telefoniert mit seiner Uhr unter der Dusche. Was ist jungen Leuten wichtiger? Alkohol, ihr Liebesleben oder Smartphone? Wer ist für Alkohol? Ja voll! Wer ist für Liebesleben? Es gehört direkt zusammen, ne? Sehr gut. Das entbehrt mich einer gewissen Logik. Smartphone? Wer ist für Smartphone? Die Mehrzahl, ne? Genau. Also tatsächlich war das eine Studie, da wurden sie gefragt, wenn ihr eine Woche auf etwas verzichten müsstet, was wäre am schwierigsten? Und da war Smartphone mit großem Abstand vorne. Alkohol an drei, weil die kiffen halt. Egal. So etwas zu ihrem Thema. Durch was oder wen wurde das aufgehört? Das ist das amerikanische Stromnetz bisher am meisten bedroht. Cyberangriffe aus China und Russland, Hacker von Anonymous oder was anderes? Durch was? Durch Wetter. Durch Wetter? Mhm. Okay. Ne? Aber was anderes ist schon mal richtig. Überlastung. Ja? Telefon? Ne? Bingo! Für Eichhörnchen steht 623 zu 0 zu 0 zu 0. Okay. Wie viele Hackerangriffe pro Tag meldet denn wohl der IT-Needensleister der Olympischen Winterspiele in Sochi? Jetzt haben wir gerade den Konfettcup da, aber... Irgendeine Idee? Wie viele Angriffe am Tag? Ja, da hat die gemeldet. Ja? Ja, ja. Atos, also auch französischer Anbieter. Irgendeine Idee? Irgendeine Größenordnung? 90? 4? 4? Hier vorne? Haben wir irgendwie ein Geschenk? Extrem gut. 5 Millionen. 5 Millionen Angriffe. Sehr gut. Ja. Also deswegen das Thema Sicherheit. Ja, es ist halt schon extrem wichtig. Und auch an der Stelle, das ist egal, ob ich dort mit dem Militär spreche, ob das mit Infrastrukturanbietern, ob das mit Softwareanbietern ist. In der Regel fehlt es an Kompetenzen von Leuten, die auf Augenhöhe mit russischen Hackern und Co. unterwegs sein können. Also das ist echt ein Thema bei uns, was Ausbildung angeht. Wie lange braucht das Startup Credit Tech, um über einen Kredit zu entscheiden und auszuzahlen? Also mit anderen Worten, Sie gehen auf die Webseite, geben ein, ich brauche 5.000 Euro und noch Ihr Facebook-Profil und Name und so weiter. Wie lange dauert es? 2 Minuten. Ich hätte den Prozess, glaube ich, nicht so genau beschreiben sollen. Weil wie lange dauert es bei einer normalen Bank? Ach, ja ungefähr so lange, genau. Mit anderen Worten, das ist Algorithmic Banking, nennt sich das. Das ist ein Hamburger Startup, relativ etabliert mittlerweile, mehrere Finanzierungsrunden. Und da ist halt wirklich der Gedanke, jeder, auch Leute ohne Konto, können sich dort, in Deutschland geht das Geschäftsmodell nicht, weil es unter Wucherzins läuft. Also da kann man jetzt über ethisches Thema durchaus diskutieren. Aber entscheidend ist eigentlich der Algorithmus und die Technologie, die darunter liegt. Der versucht nämlich mit möglichst vielen Datenpunkten, ungefähr 400 Datenpunkte sammelt er ein, also deutlich mehr als klassische Banken das tun beim Scoring. Und diese Datenpunkte sammelt er übers Netz und durch Anschluss an verschiedene Datenbanken und ist dadurch in der Lage, wildfremde Menschen einzuschätzen, ob sie 5.000 Euro wert sind oder nicht. Also mit anderen Worten, das ist etwas, das setzt sich ganz klassisch inzwischen direkt an den Kunden. Wenn man Mitarbeiter fragt, jetzt geht es ja ein bisschen um Sie. Sind Roboter oder Manager die besseren Vorgesetzten? Was sagen Sie von KUKA dazu? Wer glaubt an Manager als bessere Vorgesetzte? Wenn man Mitarbeiter fragt? Die Hoffnung ist groß. Wer glaubt an Roboter? Sie auch nicht? Ja, sehr gut. Den anderen ist es offensichtlich egal. Okay. Was könnte denn für Manager als Menschen sozusagen sprechen? Sie haben sich relativ früh gemeldet. Empathie? Mit dem kann ich reden. Ja, okay. Und was könnte eventuell für Roboter oder für künstliche Intelligenz sprechen? Fairness. Fairness? Ja, super. Was noch? Neutralität, Objektivität? Ja, richtig. Ja, ja. Jederzeit. Jederzeit, genau. Was noch? Logik. Logik, ja. Also Transparenz und... Der eine oder andere Manager kratzt sich gerade am Kopf. Nicht beeinflussbar. Nicht beeinflussbar, also objektiv, genau. Super, das waren eigentlich schon die wesentlichen Punkte, weil tatsächlich am MIT hat man genau diese Untersuchung gemacht an einer Fertigungslinie und hat festgestellt, schlechte Nachricht. Künstliche Intelligenz entscheidet schneller, objektiver, flexibler. Und Mitarbeiter fühlen sich, Obacht, von Robotern besser verstanden als von ihren Managern. Da man so verwundert war, hat Huawei das an der Fertigungslinie auch nochmal ausprobiert und ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Was lernen wir, wenn wir jetzt über Leadership diskutieren? Sie bekommen da in Zukunft Wettbewerb. Ja. Und die Studien laufen. Also bei Volkswagen gibt es ganz klare Überlegungen, was heißt das für unsere Verwaltung, für unsere Konstruktion, für Buchhaltung und so weiter und so fort, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen können. Und Sie glauben gar nicht, wie stark da so eine Verwaltung schrumpft. Ja. Und da reden wir nicht mehr drüber, wir brauchen bestehende Arbeitsplätze, Leute, die in Rente gehen, ersetzen. Sondern da reden wir wirklich über was anderes. Kann künstliche Intelligenz der Menschen beim Pokern schlagen? Ja. Ja? Nein? Warum nein? Okay. Ja, sehr gut. Wie nennt man das beim Pokern? Bluffen. Genau. Also künstliche Intelligenz kann Bluffs nicht durchschauen. Sagte Ende letzten Jahres ein Professor für künstliche Intelligenz. Und im Januar kam Libratus in Las Vegas und hat die besten Pokerspieler dieser Welt um fast eine Million abgezockt. Durch kontinuierliches Lernen. Also selbst Bluffen hat nicht genützt, weil er selbst diese Bluffmuster irgendwie rausgefiltert hat und kontinuierlich gelernt hat. Ja? Also selbst ein Professor für künstliche Intelligenz, weil der hat nämlich gesagt, im Jahr 2040, wenn wir über Singularität reden, dann wird das möglich sein. Also der hat sich innerhalb eines Monats mal bummelig umgefühlte 25 Jahre vertan. Also wenn wir jetzt noch, und das ist ein Professor für künstliche Intelligenz, wenn mir jetzt noch irgendeiner sagt, wir Manager sind in der Lage, über diese Brücke zu gehen und wir können den Nebel ignorieren. Das ist Blödsinn. Wir wissen nicht, was kommt. Ja? Wie viel Prozent der 500 größten Unternehmen der Welt sind in den letzten zehn Jahren wohl ersetzt worden? Irgendeine Idee? Also nehmen Sie die Fortune 500, also 500 größten Unternehmen der Welt. Wie viele sind in den letzten zehn Jahren aus dieser Liste rausgepurzelt? 50? 50 Prozent oder 50 Unternehmen? 50 Prozent? Okay. 20 Prozent? Okay. 70 Prozent. Zehn. Zehn Prozent. Und Sie sagen 70. Sechzig. Hätten Sie mal 70 gesagt. 70 Prozent haben rausgepurzelt. Nokia, Kodak und Co. Nicht nur wegen Digitalisierung, auch stark wegen Globalisierung, wegen China. Dort sind sehr viele große Organisationen entstanden. Das ist so der Moment, wo der schwäbische Mittelständler in der Regel sagt, heu, heu, glück, dass meine dabei sind. Wie viele? 30,9 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland sind wohl durch Digitalisierung bedroht. 80 Prozent. 80 Prozent. Okay. Zehn Millionen? Ja. Es ist tatsächlich mehr als zehn Millionen. 18 Millionen. Das heißt natürlich nicht, Sie erinnern sich an die Beraterfolie, es kann nach oben oder nach unten gehen. Das heißt nicht, dass nicht auch neue Arbeitsplätze entstehen. Aber 18 Millionen Arbeitsplätze werden voraussichtlich verschwinden. Und nun stehen wir vor einem Thema. Denn wir reden jetzt nicht mehr über den Fabrikarbeiter, sondern wir reden über Leute, die mit einer ganz anderen Erwartung an ihr Leben gestiegen sind, weil sie nämlich studiert haben. Wir reden über Ärzte, wir reden über Rechtsanwälte, Notare, Manager. Wir reden über Menschen, die eine gewisse Erwartung an ihr Leben und an ihr Einkommen haben. Über die reden wir, die potenziell ersetzt werden. Und da stehen wir vor einer gewissen gesellschaftlichen Herausforderung. Das ist glaube ich klar. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass sich jeder von uns mit diesem digitalen Thema auseinandersetzt. Weil das betrifft uns alle. Jeden persönlich. Sie können natürlich sagen, ich habe nur noch ein paar Jahre bis zur Rente. Das Ganze nennt sich VUCA-Welt, haben Sie vielleicht schon gehört. Also es geht um Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguity. Ambiguity heißt Mehrdeutigkeit. Also es ist nicht mehr so einfach mit Schwarz und Weiß, sondern es gibt eine ganze Menge Grau dazwischen. Ja? Also für die Medienindustrie ist Google einerseits ein riesen Wettbewerber, weil der deren Content relativ einfach findbar macht. Aber gleichzeitig sendet Google eigentlich den ganzen Traffic auch zu der Medienindustrie. Das heißt, sie sind sowohl Feinde als auch Freund. Ja? Ohne geht es nicht. Das haben sie versucht. Ja? Und das gilt genauso für Partnerschaften, die sie machen. Sie werden wahrscheinlich kaum ein Unternehmen finden, wo sie sagen, Mensch, wenn wir zusammenarbeiten, wir sind komplett, also wir nehmen uns überhaupt nichts weg. Sondern es wird an einigen Stellen, werden wir vielleicht Wettbewerber sein. Aber an anderen Stellen ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Das ist die neue Welt. Ist nicht Schwarz und Weiß. Und das macht es Ihnen natürlich als Führungskräfte extrem herausfordernd. Weil wir wollen Sie 10-Jahres-Strategien entwickeln. Oder Sie? Also Digital Leadership heißt in der VUCA-Welt erfolgreich führen. Mit Persönlichkeit. Zum Glück brauchen wir die. Ja? Das ist auch das Vorleben. Und Methoden, die ein Unternehmen vernetzter, offener, partizipativer und agiler machen. Das sind so die vier Ingredien, an die ich glaube, die helfen, Organisationen besser zu machen. Und die Ihnen helfen, wenn Sie sich an das Anfangsbild erinnern mit dem etwas älteren Herrn und der jungen Dame im Schneidersitz, diese beiden Welten auch vernünftig zusammenzubringen. Ja? Also besser vernetzen mit Partnern, offen sein für Input auch von außen, von Kunden, von Suppliern, partizipativer, ihre Mitarbeiter stärker in Innovationen auch aus anderen Bereichen einbinden und agiler werden, in denen man eben in kleinen Schritten vorangeht, sich schrittweise auf Sicht fährt, sozusagen dieser Nebelwand nähert. Und mit Agile meine ich jetzt nicht nur die Methoden, die wir aus der Softwareentwicklung kennen, mit irgendwie Scrum und irgendwelchen wilden Sachen. Sondern es gibt eine ganze Menge Methoden, die können Sie ja auch anwenden im Management. Machen Sie sich schlau, da geht einiges. Budgetplanung können Sie anders machen. Wir machen jetzt gerade mit einer Organisation 40 Millionen Euro Budgetplanung an einem Tag. Und an dem Tag leben wir quasi agil, wie ein Startup und entscheiden extrem schnell, aber trotzdem fundiert. Hier nochmal kurz eine Studie, die einfach sagt, was ist eigentlich das Thema digitale Transformation und Erfolg? Ist es die Überzeugung, Vorbild der Unternehmensleitung? Dass Sie Geschäftserfolge haben, also dass Sie glaubwürdig sind und sagen, wir haben damit schon Geld verdient, wir sind damit erfolgreich und davon wollen wir mehr. Also feiern Sie auch entsprechende Erfolge, die Sie haben. Und der Einsatz neuer Instrumente, eben zum Beispiel Agilität und Co. Oder eben diese Collaboration-Lösung, wo Sie schnell zusammenarbeiten können. Und wir machen es eben die Amazons, Googles und Co. Sie richten sich radikal am Kundennutzen aus. Also Sie gucken auf den Endkunden und sagen, was wäre eigentlich die optimale Lösung für den Endkunden. So wie Sie es so wunderschön gesagt haben, der Kunde weiß es oft nicht. Aber durch Beobachten kann ich feststellen, was eigentlich viel besser für ihn wäre. Das Ganze alles in Echtzeit. Der will alles sofort. Ihre Mitarbeiter werden in Zukunft auch alles sofort haben wollen. Auch Entscheidungen. Immer präsent. Der Kunde entscheidet, über welchen Kanal er etwas bei Ihnen kauft. Wenn er gerne mit Ihnen telefonieren möchte, dann stellen Sie sicher, dass er mit Ihnen telefonieren kann. Wenn er es einfach im Internet bestellen möchte, dann bieten Sie das genauso. Einfachheit statt Imagewerbung, also Usability und datengetriebene Entscheidungen. Da sagt jeder Manager heute, ja das machen wir ja heute schon nicht. Also wir haben große Excel-Tabellen und so weiter und so fort. Nein, ich habe vorhin ein wunderschönes Beispiel, das haben Sie von Daimler erzählt. Ja, die überlegen jetzt erstmal, welche Daten müssen wir denn überhaupt sammeln, damit wir daraus ableiten können, wie viel Bandbreite brauchen wir denn eigentlich. So würde kein Silicon Valley Unternehmen denken. Die würden sagen, wir wissen nicht, was wir in Zukunft an Daten brauchen, also sammeln wir erstmal alles und legen es ab. Und wenn wir danach ein bisschen gucken wollen und irgendwie slicen und dicen wollen, also sprich die Daten analysieren wollen, ja dann haben wir sie. Also ein Freund von mir ist CTO von einem großen Spieleanbieter. Die sammeln alles, jeden einzelnen Klick auf irgendeinen Button im Web. Das speichern die alles ab, um danach irgendwann mal zu gucken, Mensch meinst du nicht, dass wir die Farbe vielleicht eher wechseln sollten? Und dann haben sie die Antwort schon da. Ja, aber der deutsche Ingenieur, ich bin ja selber einer, der denkt da irgendwie noch anders. Ja, lass wirklich mal überlegen, welche Daten brauchen wir und wie viel Bandbreite lässt sich daraus arbeiten. Nein. Also datengetriebene Entscheidungen gehen irgendwie anders. Das kann ich nämlich nicht planen in der VUCA-Welt. Jeff Bezos. Überwundere ich, weil der tatsächlich, er hat eine sehr schöne E-Mail, findet man im Netz auch, geschrieben, still day one, heißt die. Er möchte mit seiner Organisation vermeiden, dass er ein day two Unternehmen wird, also sprich ein Unternehmen, das eher bürokratisch denkt. Ich habe das mit ein paar CEOs durchgespielt, habe gefragt, was meint ihr, seid ihr eher day one oder day two Unternehmen? Die haben dann gesagt, naja, fühlt sich eher nach day after an. Also obsessive Kundenorientierung. Wir brauchen leichtgewichtige Prozesse für reversible Entscheidungen. Also wenn ich Entscheidungen fällen muss, die ich theoretisch wieder zurücknehmen kann, dann brauche ich keinen schwergewichtigen Prozess. Dann kann ich das relativ entspannt entscheiden. Oder lieber den Kurs korrigieren, als alle Informationen zu sammeln. Und ein Fünf-Monats-Projekt zu machen, um eben alles einzusammeln und zu machen, nein, die Welt ändert sich dafür zu schnell. Oder statt Konsensentscheidungen, disagree and commit. Ich kenne viele deutsche Organisationen, die sind unglaublich stolz auf Konsens. Wir haben alle mitgenommen. Ja, nur den Kunden haben wir vergessen. Das misst. So kriegen Sie nicht Kundenorientierung in Ihrer Organisation. Also disagree and commit heißt, wir sind uns einig, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber es wird nur ein Schuh draus, wenn wir in eine Richtung laufen. Und zwar alle. Und in dem Moment, wo er in seiner Organisation feststellt, dass da jemand nicht dem disagree and commit zugestimmt hat, also nicht aligned ist, dann geht er da auch sofort wieder rein. Und das erlebe ich in vielen deutschen Organisationen viel anders. Da ist eher ein agree and not commit. Und das nimmt Ihnen Wettbewerbskraft. Das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Ein kleines Beispiel, wie man das balancieren kann von Bosch. Die haben nämlich gesagt, es gibt das klassische Geschäftsmodell und es gibt das digitale Geschäftsmodell. Und hier denken wir eher in Hierarchien und in klassischen Methoden, also zum Beispiel irgendeine Produktion. Und hier denken wir eher in digitalen Geschäftsmodellen. Und es war wunderschön, weil alle Manager haben sich so ein Stück weit in diesem Bild wiedergefunden. Da haben wir gesagt, nee, also ich bin ja hier mit meiner Fertigung irgendwie da ganz links. Und deswegen haben wir den Schieberegler, den Slide Control, da eingebaut, dass jeder Manager sozusagen für sich einstellen kann, wo bin ich denn eigentlich? Und die Leute, die Software, also bei Bosch sind es ungefähr 30.000 Softwareentwickler, die waren alle irgendwie auf der Seite und haben gesagt, ja, das ist relativ unsicher und wir wissen nicht genau. Und interessanterweise, die aus dem Diesel haben gesagt, wir sind maximal stabil. Vor drei Jahren. Und die haben jetzt auch festgestellt, naja, so ein bisschen können wir vielleicht auch. Eher so in diese Richtung, wo es eher um kleine fraktale Einheiten, um vernetztes und selbstorganisiertes Zusammenarbeiten geht. Naja, und das Ganze nennt man Management bei Internet und ein Suizid verdrannt. Nämlich, wenn ich in neuen Produkten, in neuen Märkten unterwegs bin. Was fürs Internet leider gilt. Und das ist das, wo im Prinzip 80 Prozent aller Produkte baden gehen. Und deswegen brauchen Sie halt ein Stück weit mehr dieses Fauxpas, nämlich Agilität. Das ist übrigens auch das Buch, das Sie nachher mitnehmen dürfen. Und dort geht es auch genau um eben das Fauxpas. Nicht im französischen Sinne, sondern als Vernetztoffenheit, Partizipation und Agilität. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Herzlichen Dank. Vielen Dank.